Ich schaff mir meinen eigenen Weg. Los geht's! Ich hab's nicht gesehen! Ja! 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 Schnell und tödlich! Ein Geist! ein Gegner wurde getötet wer ist mal besser abgehauen Nichts hält mich auf. Genug gespielt. Welche Kupf-Gelνade ist dabei? Weil die Kupf-Gelang sind, siehst du. Sie in die Art der Wettbewerber legt mir das in den Falle. Jetzt bin ich in der Wettbewerber. Wir sind alle in die Kupf-Gelang steckend. Es geht nicht ums Töten, sondern darum, wer steht. Ja. 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 So. Kalter Stahl und ein Ziel. Mehr brauche ich nicht. So viele Gegner. So viele Messer. Die Worte auf ihrem Grabstein werden meine neuen Mantras. Ja. Ja. Wohl kaum. Ja. 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 Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Ja. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Sollten Sie mich doch sehen, aufhalten können Sie mich nicht. Sollten Sie mich nicht. Wenn du gefährlich aussiehst, solltest du auch gefährlich sein. Sollten Sie mich nicht. Sollten Sie mich nicht. Sollten Sie mich nicht. Sollten Sie mich nicht. Stahl und Geschick, mehr brauche ich nicht. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich schaffe mir meinen eigenen Weg. Ich habe den ganzen Tag. 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 Hier bin ich. Ich lasse Probleme verschwinden. Hier bin ich. 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 Oh, okay. Was ist das? Der menschliche Körper hat über 300 Truppen. Niemand kann sie alle schützen. Der menschliche Körper hat über 300 Truppen. Der menschliche Körper hat über 300 Truppen. Niemand kann sie alle schützen. Der menschliche Körper hat über 300 Truppen. Niemand kann sie alle schützen. Der menschliche Körper hat über 300 Truppen. Niemand kann sie alle schützen. Es geht nicht ums Töten, sondern darum, wer stirbt. Der menschliche Körper hat über 300 Truppen. Niemand kann sie alle schützen. Der menschliche Körper hat über 300 Truppen. Niemand kann sie alle schützen.